einen wunderschönen guten tag mein lieben freunde und willkommen zu einer brandneuen folge von the legend of the arena auf dem trading master quest die letzte folge hat ein bisschen überlänge gehabt weil ich nahe halt wohin wenn ich gar nicht auf die uhr geguckt habe aber wir sind auf jeden fall angekommen hier im schattentempel und sind jetzt hier angekommen was soll ich dazu noch sagen hier war doch irgendwas oder nee kein loch runterfallen kann und probine da haben wir auch einen schalter das dick ist hier gerade noch ein schlüssel jetzt habe ich zwei so viel wollte ich auch gar nicht aber okay so viel brauchen aber dann schenke ich oben weil noch da oben hängen die restlichen egal trotzdem getroffen die holte ich mir auch noch das machen wir noch mal ja komme genau in die mitte so perfekt da geht es nicht wo ist das denn hey hallo der hat mich ja nicht berührt hey da auch nicht wer ist es nur ein herz drin oder so ich muss da lang ich kann auch oben lang aber ich komme gleich zurück was ist das ich weiß nicht so guten tag ist da nicht irgendwas nur der dessen schritte heilig sind wir das tal ist groß wird ja meine schritte sind sehr sehr heilig das meine damit so weit kann ich gar nicht springen ich bin ja fast tot ok da muss ich irgendwie wieder zurück ich muss nach oben der tötet mich jetzt da kommt ja auch wieder hoch einmal tötig bitte danke nein halt jetzt ich werde ja wieder beliebt kommen stehen jetzt hier wieder raus ich will nach oben karte ich muss wieder ganz nach oben ich habe zwei kann nicht sein was war das gerade da kann man ganz ganz starker windstoß hat gesehen ich kann nicht irgendwie hinziehen ich weiß ich nur der raum hier komme ich wieder zurück ich will zurück nein lassen sie mich nein warte mal hier war auch irgendwas ich kann nicht ran springen da seid mal nix ach guck mal da aha ich will zurück ganz schnell zurück was ich da kommt was ach Gott da kommt auch was man die kommen immer so plötzlich wenigstens kommen diese exal force management genau so nervig sind immer überall einfach rumgesprungen so ich muss da war wieder grafikpack am werk hier entlang ne ich dachte wer zu war doch hier was nicht hier hier nicht hier kann ich doch runter war das nicht hier wo war denn jetzt diese tür ich habe da irgendwo eine tür gesehen das sind schon mal keine tür noch einer ich kann jetzt nicht alles absuchen nach dieser tür mein gott die war doch hier irgendwo hier nicht ja hier auch nicht und von hier kam ich und da hinten war es auch nicht oder war es hier nee kann nicht sein nee halt das war am anfang ich muss ganz hier raus das war hier da kam ich hier war das jetzt haben wir es jetzt haben wir es ja genau hier ja auge der wahrheit das habe ich ja da geht es lang da auch was war das gerade das kommt erst mal weg ab auf den sperrmüll das ist jetzt frei ist hier sonst nix warte wenn ich da rein hier hat schattentempel hier geht es weiter dann gehe ich doch erst mal da ja 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 was soll das denn hallo ey stopp ey ich könnte ja gar nichts hier machen in der sonne war schnell vor allem wirbelattacke den stick im kreis bewegen und bedrückt das funktioniert nicht so große kiste kommt was bitte dankeschön kompass ist hier sonst noch irgendwas manchmal sind auch da ist irgendwo so eine kleine kiste noch versteckt wo kommt das denn her was gibt es hier für übernatürliche fischer was ist das das habe ich noch nie gesehen ach das kommt vor den augen was sind das für gegner äh gab es das auch im normalen spiel oh oh ah das feuert verfolgt mich hä ach so nur das ist ein schalter ich habe diese augen noch nie gesehen hier ist ja uns bekannte der knirsch und tag lange nicht mehr gesehen sieben jahre wir sind jetzt her gut reichern oder lange mein freund ja jetzt machst du will attacke ist klar das los das los das los und noch mal da kommt er wieder mit seinem tornado aus dem boden und das war der hirn sauger nummer zwei oder vielleicht war der gleiche ist jetzt endlich jetzt lichter auch bei den skeletten auf boden was ich hier irgendwo war so eine kleinere kiste nebendran zwischenboss raum dann schneiden sehr gut die gleitstiefel ja mit dem wir jetzt ein bisschen über abgründe fliegen natürlich auch schon wieder hat die verfolgen eine richtig das feuer hat er die reflexe gesehen so aber jetzt kann ich auf jeden fall da unten ja wieder lande ich habe immer noch zwei keys so da kann ich durchlaufen ich wollte so jetzt muss ich den ganzen Weg wieder da runter gehen ich würde sagen wir sehen uns sofort wieder so ich bin wieder da wirst du direkt mal aus die gleitstiefel da sind sie hatten wir ja jetzt mal hierhin und das wird gar nichts hat er noch so gut hat er noch gar keine anderen gegner mehr außer diese nein hau doch ab von mir und warum kann ich sie nicht so schnell besiegen ich bin gleich tot das ist ja noch so einer jetzt reicht es mir der sonne als ob der immer noch liebt wie viel halten die denn aus kleine truhe so ich habe glaube ich keine fee mehr jetzt bitte lauf nicht in irgend so ein stachelwerk da rein auch nicht mehr da drin aber den kannst du drauflaufen ist jetzt ein bisschen blöd packt das auge der wahrheit mal da oben hin schuhe kommen dahin hinterhaken dahin ich brauche hier alles gefühlt herzen brauche ich auch neue möbel brauche ich was ist das jetzt hier weil es da oben nicht irgendwas da war es haben wir das da ist bestimmt auch irgendwo was aber da schnappe ich mir da oben ist auch was das schnappe ich mir auch so leid muss jetzt kurz gucken ok aber was ist das hier weiß es nicht da kann ich auf jeden fall da wieder hoch da braucht den zweiten schlüssel warte komm ich so darüber ach komm mal da oben also muss doch auch gehen ja so kommt doch hierhin perfekt auge bitte wieder aus da nee halt das brauche jetzt so was fehlt jetzt noch irgendwo fehlt noch eins da muss ich einfach von da oben ich muss wieder da hoch zack Tür auf da hinten da muss ich da hoch nee das ist so ein einzelraum das ist der raum ne ja fehlt da was oder fehlt was was war das ernst natürlich muss ja auch hier in diesem dungeon vorkommen diesmal kriegt er schon gar keine kommen da ist schon gar kein besonderer gegner mehr der kriegt schon ganz normale gegner musik mr greif an danke schön noch einer warum war der jetzt da auch hier so stabil die treppen hoch und der ja natürlich spaß auf und jetzt habe ich wieder keine b natürlich nicht schon ich darf den ganzen weg wieder von vorne gehen jeder springt wenigstens nicht so zu wie ein irrer so oft mich zu mir ein herz soll jetzt kommt wieder dieser geisteskranke hier er denkt er muss machen was er will oder er kann machen was er will und tag ja auch mal ab da soll kommen noch einmal ok weder kommt jetzt noch einer nähe es war es so was ist das jetzt noch ein schlüssel weil ich brauche eigentlich nichts geld brauche ich auch nicht ich habe jetzt sogar schon die 500 rubine voll nein guck doch mal vernünftig guck doch mal vernünftig ok hier ist nichts weißt du wenn ich eine p brauche ist keine da halt spring da hoch guck rüber spring da hoch und zieht das teil aus wie komme ich jetzt da runter was ist denn das jetzt nein ich will runter da ja ey wie komme ich jetzt da hoch die wollen mich doch verarschen wie komme ich denn jetzt da hin und hier aus oder was was soll das denn ok hier rein zieh mal aus ok hier brauche ich jetzt auch noch die anderen schuhe hä jetzt bleibt das teil stehen was machst du denn da theoretisch bräuchte ich die schuhe nicht aber ich lass sie mal an kommt hier irgendwas da ist was kommt doch gleich irgendwas warte mal gib mir mal die anderen schuhe ja perfekt ich habe angst weil ich so wenig leben habe wobei mittlerweile geht es schon wieder so ein hirn ist klar hau ab da jetzt so mensch aus dem achtzigen aus dem achtzigen nein geherzt schuhe laut und geheimnisvoll irgend morgen kroll wo bist du denn wo ist die skull die hier gib mal dings da her muss gucken naja da nicht wenn die auch unsichtbar sein ist die da drunter die ist da drunter und ich muss das halte mal aufbringen schlüssel ich habe keinen schlüssel ist hier ein schlüssel drunter muss ich doch auch springen mach das mal auf und mach das mal auf ich glaube zwar nicht dass da irgendwas ist ne da ist auch nix oder auch nicht ok da muss ich ja gleich wieder zurückkommen ich baue die schuhe wieder warte einen moment ok doch schnell rein da noch eine skulptur ich komme da mit der riesen attacke dann sind die alle tot was ist denn jetzt passiert pass auf pass auf die leben noch alle warum sterben die denn schon wieder nicht nein also ich muss dazu nichts mehr sagen nein ziehe das ding da aus mann ich brauche alle items auf einmal geführt ach die hängt da er war doch und jetzt das nur zu sagen ich flüstere mir zu je nach dessen schritte heilig sind mögen sich vom wind treiben lassen ja ach da war ich ja auch schon warte mal auf welchem raum bin ich in der hälfte karte ach moment da war noch irgendwas oder kann fragen wie geht es jetzt weiter hier ist irgendwas wie das aus da vorne nein ich wollte doch gerade gibt es her ja noch mal nein lassen sie das ich will die kiste wo ist denn die da haben wir den schlüssel die fähne nehme ich und dann haue ich auch hier ab so und noch mal die schuhe bitte danke schön ich will einfach nur rein gib ruhe ah jetzt kommt er noch hier runter du haust ab so stein muss da hinten hin hier komme ich jetzt auch auf jeden fall wieder hoch ich höre irgendeine andere skulptur eine normale aber ich war da oben schon da war doch nur die eine und da ist auch die folge schon bald wieder vorbei beim nächsten mal geht es dann selber städtisch auch zum boss ich dachte eigentlich wir schaffen es heute noch bis kurz vorm boss habe ich mich dann geirrt so was ist denn jetzt da oben darf schon mal reingucken jetzt warte mal ne ich muss da sogar hin hä da ist noch irgendwas da war da ist noch eine truhe ich sehe das auf der karte da vorne weißt du ich gucke in jeden von diesen räumen ob da irgendwo noch was so dass es war nie was aber jetzt in jedem zweiten raum so ich kann hier auf jeden fall hoch dann hier hoch und was wir dann hier auf dem schiff machen können das sehen wir dann beim nächsten mal also sehr gespannt auf die kommende folge und wahrscheinlich auch die letzte folge hier im schatten tempel von the legend of the queen auf dem 3d master quest aha abschnecht nicht alles gut tu das ne fehlt noch was ok wir werden es dann beim nächsten mal hier weiter umschauen seid gespannt bis zum nächsten mal bis noch rein und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal